Die Joe-Line zeigen wir des Öfteren bei Patientinnen, die sehr jung sind, die eine sehr straffe Haut haben und damit eine sehr starke L-Kontur dann bekommen. In diesem Fall zeigen wir das mal bei einer Patientin, die natürlich ein deutlich hohes Hautalterproblem hat. Also die Hautalterung ist hier deutlich fortgeschritten und eigentlich benötigt sie ein sogenanntes Facelift. Und hier versuchen wir durch eine gezielte Auffüllung der L-Line oder Joe-Line am Ende, dass die Haut sich auch etwas strafft und damit, dass dieses Facelift-Effekt ohne OP möglich ist. Dafür benötigen wir sicherlich hier noch einige Sitzungen und die Patientin weiß das auch, aber durch diese Behandlung ist es halt möglich, ein Facelift zumindest zeitweise zu entgehen und dadurch so ein straffes und kantiges L-Form im Gesicht zu bekommen.